was geht ab ihr geilen klubschies herzlich willkommen zu einer neuen runde black ops 3 road to scuffmaster wir sind hier unterwegs auf infection und spielen geleitschutz wieder mit unseren kollegen eben auf alle seite eiskalt blockiert wir hatten gerade schon mal versucht eine runde geleitschutz aufzunehmen lief auch eigentlich gar nicht so scheiße die meiste der zeit war halt irgendwie auf regen weil die gegner überall gekämpft haben verdient diesen tod habe ich nicht verstanden gar nicht aber nicht das war richtig schlecht das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen das werde ich ausschneiden da ist ja da oben mit der rift am kämpfen ich mag die energiewaffen überhaupt nicht also ich habe die nicht gezogen aber mal aufgesammelt ich habe ich habe die gewünscht ich kann damit überhaupt nicht umgehen vom feeling sind das einfach keine cod waffen das geht eigentlich mehr so in richtung battlefield weil du kannst die kugel halt wirklich verfolgen wie die fließt es ist ja nicht so du drückst ab und die ist direkt da nö sie fliegt erst mal noch ein halbes jahr je nachdem ob sie lust hat dann triffst du den gegner oder nicht doch richtig gegner hat überhaupt nicht getroffen das mich mal da kam mir gerade zwei klone entgegen ohne noch sehr echte nein nein von hinten pst pst nee ach er kommt er wieder von der seite wow da gehe ich einmal nicht links links rüber und dann kommt da direkten gegner ernsthaft ich habe immer noch aktiv sagen mit nein das war einfach ich habe dennoch gut sonst wäre es auch gewesen gewesen nein na boah, der ist kippisch mit der marshal hat er ihn gekillt es ist auch so eine waffe, die muss man nicht haben die marshal? ja ja, ich finde dich schon ganz lustig es fuckt halt ab, wenn du damit gekäselst, aber wenn du den Gegner so holst, dann ist das schon lustig oh, ey, einfach runter nein, irgendwann wurde zu viel aber das werden wir nicht mehr machen ja, schon haben wir gewonnen aus, aua die runde lief ja ganz gut ja boah, welchem Gegnerteam ich würde mich einfach mal wieder aufregen 4 14 6 15 läuft ich frag mich wie das sein kann, dass es echt in jeder runde diese 1 2 spacken gibt die überhaupt nichts können einfach wirklich nichts ich bin dafür der einzige der exkultiert gleich kommt er dafür oh, ich mache eigentlich, äh gerne den der, äh, nach vorne rennt und die Gegner direkt stört dass sie sich gar nicht erst aufbauen können nein, von hinten oh, scheiße dass ich den nicht gekriegt habe nein verbündete Kontadronen groß verhälter nein scheiße jawohl, alter, hängen die da zu dritt zwei konnte ich holen ich gehe anderen den dritten neus das ist auf einer ist ein Auto links von dir und rechts auf oh, scht einfach direkt wieder alle da ja ja oh, shit oh, sogar zu viel schützächtig mir so auf ihn, denke ich das wäre ein schöner kill gewesen ach, das hat der ist ich rosa Mann das wäre ein schöner kill gewesen ich werde mal links rum gehen jetzt das reicht, pass auf also bis da ja, ich werde mal gucken, ob mich die irgendwie von der Seite nerven kann hm nur von vorne, da kommen wir nicht weiter ah, Mist pass auf, links einmal rum jawohl legt er sich vor meinen Augen hin nein, holt ihn jawohl da kommen wir sie wieder lol und dann werde ich von hinten gemessert das ist gemein das ist gemein aber wir sind auf jeden fall schon mal weiter in den kopf geschossen nein ja, er hat mich mit den Schädeln überspielt jetzt gehe ich auch mal zum Roboter Aua scheiße, aber der Mächterin getötet ey, immerhin vier Sekunden lang eskortiert vier ich schon mal 30 Sekunden ja das sah gerade auch ein bisschen komisch aus CDP, alle Ziele gesichert gute Arbeit ja, immerhin wieder auf dem Treppchen so gehört sich das ja aber irgendwie wird das Treppchen Kader bei mir nicht angezeigt die Party ist dabei ja, wir haben nicht benötigt die nötige Neuze zu weisen what the fuck alles klar ja, gut dann verabschieden wir uns und ich hoffe es hat euch gefallen dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder nächsten ach, das sind wir ja hallöchen ah, schön nicht zu sehen das von dir übrig bleibt hä? warum ist das jetzt in slo-mo? ich weiß es nicht was ist hier los? wie das aussieht oh das hatte ich schon mal what the fuck da sind die Hacks am Start oh ja what the fuck, ey wie lange das aber auch dauert das dauert einfach richtig lange ja, das müsste doch eigentlich schon weggehen noch ein bisschen tanzen erstmal die KN rausholen so, was habe ich links nochmal oh, jetzt geht's weg nein, ich will auch nochmal komm schon, jetzt steht da doch nicht rum, mach was nein, das wurde einfach direkt zensiert ich wollte gerade abdrücken, zensiert nicht geeignet gut, dann sind wir jetzt weg tschüss tschau 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 tschau